aufpassen dass ich nicht so ein ding erwischt dann müsste ich theoretisch mal einen doktor suchen ja hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen video hier auf einen wunderschönen acker wo ich mir gedacht hat mensch heute schnapp ich mir mal den 6 mx und wir schauen uns mal gemeinsam die einstellungen er hat natürlich nicht sehr viel aber genau die richtigen damit wir auf jeden fall viel spaß haben bei der suche ist ein feature mit dabei ist echt klasse und ja es ist ein analoges gerät selbstverständlich die darf man nicht unterschätzen weil ich finde die richtig toll klar momentan sind mehr die digitalen versionen voll in aber ich suche sehr gern mit dem 6 mx also auf geht's wir fangen jetzt auch mal an mit den einstellungen vom cscube 6 mx und zwar haben wir hier ein zwei drei vier fünf drehregler plus diesen pinpoint hebel wenn man denn hier betätigt dann kann man hier die pinpoint funktion aktivieren wir können hier mit der sensibilität das ist auch gleichzeitig der an und ausschalt knopf und der power knopf das heißt ich ich schalte jetzt hier den detektor an und werde auch gleichzeitig die sensibilität so weit wie möglich aufdrehen also ich nehme immer so zwischen 8 und 9 und dann ist das soweit schon okay dann beim boden abgleich haben wir hier die möglichkeit bei diesem drehregler ground haben wir automatik oder wir können hier manuell von 1 bis 9 den boden abgleich individuell einstellen wenn die mineralisierung eher ein problem ist ansonsten würde ich empfehlen automatik zu aktivieren da kommt man in der regel gut voran so iron voll das ist eisen lautstärke man kann jetzt zum beispiel eisenteile die signale reduzieren ganz ausmachen oder halt ganz leise schalten also bis bei zwei und drei oder wir machen es richtig laut das ist ja je nachdem unterschiedlich und von dem her ja kommen wir jetzt zu dem rechten teil der ist sehr interessant und zwar haben wir hier einmal die disk und einmal die disk lautstärke die zwei haben was miteinander zu tun und zwar wenn ich die disk auf 1 habe reagiert der detektor bei jedem objekt mit einem schrillen ton so wenn ich aber jetzt im uhrzeigersinn den drehknopf drehen werden die weniger leitende metalle dann mit einem mittelton ersetzt jetzt man kann natürlich sagen wenn ich jetzt alufolie finde dann kann ich zum beispiel die alufolie vom schrillen ton in den mittelton dann drehe ich den regler so weit bis geht nach rechts und dann bekomme ich dann einen mittelton das werde ich euch gleich im anschluss zeigen und dann kann ich dann mit dem mittelton habe ich die möglichkeit mit dem mit der disk lautstärke die alufolie also das signal von der alufolie leise zu schalten oder halt ganz auszuschalten das ist ein ganz cooles feature ist absolut super und diejenigen also ich suche zum beispiel mit sehr gerne mit drei ton modus da kann ich euch auch noch zeigen wie man den detektor einschaltet und zwar den iron voll auf acht stellen dann die sens auch so um die acht zwischen acht und neuen die disk stellen wir auf 4 und disk volumen auf 8 und so laufen wir dann im prinzip mit dem dreiton modus so also ich zeige euch das jetzt mit der alufolie ich habe hier am boden ein stück alufolie und ich möchte euch gerne zeigen wie man vom hohen ton von dem schrillen ton in den mittelton übergehen kann dazu werde ich die disk hier die disk im uhrzeigersinn drehen so lange bis ich dann einen mittelton bekommen und wenn ich den mittelton bekommen das werdet ihr dann nachher hören kann ich dann hier die lautstärke nur dann regeln wenn ich halt eben einen mittelton habe man kann ich sagen okay ich möchte die alufolie ganz leise haben oder halt ausgeblendet haben von der lautstärke genau das zeige ich euch jetzt wir haben jetzt den schrillen hohen ton jetzt habe ich die alufolie in den mittelton rein geschaltet und kann jetzt hier mit der disk lautstärke entweder lauter schalten oder leise schalten sogar ausmachen also ist echt ein geiles feature so blende ich im prinzip ja nichts aus sondern ich schalte dann die lautstärke aus oder ich reguliere die lautstärke wie jetzt und so kann man einfach die objekte besser sagen wir mal rausfiltern so liebe freunde das war es auch schon gewesen von meinem kurzen tutorial hier von dem c6 mx ja ich bin schon gespannt bei meinem ersten suchvideo wird natürlich auch auf dem acker suchen und ja wenn ihr fragen habt schreibt einfach in die kommentare würde mich freuen wenn ihr mein video liked und dementsprechend auch abonniert ihr wisst schon klick und wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten video freunde bis dann ciao